Moin! Ey, Leute, ich hab was ultra krasses gefunden. Hier unten ist einfach ein öbelstes Secret versteckt. Mir hat ein Kollege geschrieben, wie man dort weiterkommt und ich wusste nicht mal, dass es dort weiter geht. Jetzt bin ich da unten auf den Gegner gestoßen und ich brauche eindeutig andere Waffen dafür. Als allererstes nehmen wir hier mehr Damage mit und vor allem Feuerschaden. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass Feuerschaden schon echt effektiv da ist. Und wir bräuchten vielleicht noch irgendwas anderes, womit wir irgendwie seine Stands brechen können. Ich würde tendenziell mal wirklich die Duellhaltung nehmen und dann gehen wir mal da unten schauen. Also es ist absolut krass, Leute. Wir gehen da jetzt runter und ohne Witz kommentiert mal bitte, ob ihr das wusstet oder nicht. Und vergisst vor allem nicht ein Like da zu lassen, das hilft mir unglaublich. Das Video wird dann in Betrieben heftig gefunden. So können wir die Info auch an viel mehr Leute weiter teilen. Also, ich bin hier hinten am Leuchtfeuer, gehe hier rüber. Hier können wir uns runter droppen lassen. So, wenn wir jetzt hier hinten weiter gehen, müssen wir nur nach einer Stelle suchen, wo so eine Ranke ist. Nämlich hier. Und da können wir einfach mal runter. Wir können hier hinten sogar noch weiter. Zack. Übelstes Parcours hier mit dem Pferd. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Nachdem wir unten angekommen sind, erwartet uns hier ein übelster Gegner. Und wir buffen uns auch sofort hoch, weil der hat es echt in sich. So. So. Genau. Direkt weiter buffen und vor allem auch goldene Barriere, dass wir Magieresistenz haben. Und dann rein da. Mit allem Schaden, den wir haben. So. Ich bin echt froh, dass wir hier auf dem Feuerschaden gewechselt sind. Also der hält maximal viel aus. Oh ja. Da sind schon die ganzen Energiedinger. Ich bin echt froh, dass ich diese Magieresistenz habe. So. Jetzt haben wir ihn gebrochen. Also auf jeden Fall. Ihr müsst ihn brechen können. Weil alles andere ist super nervig. So. Zack. Direkt wieder brechen. Er hat drei aufgeladen. Er hat zwei Moves. Mit der Duellhaltung reicht. So. Hoffentlich haben wir noch genug Mana. Sollte aber passen. Ja. Komm schon. So. Lecker. Das sollte es gewesen sein. Bam. Und was bekommen wir? Wow. Eine Golemhellebade. Ich bin etwas enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz. Hier muss irgendetwas sein. Ich meine. Schaut euch mal an, wo wir hier sind. Also hier muss doch noch irgendwas sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Ich habe hier unten auch noch einen Runenbogen gefunden. Aber hier geht es doch safe noch weiter. Oh. Hier haben wir einen Geist. Oh. Kriegsasche Pfeilhagel. Okay. Das ist nice, Leute. Ich glaube, das werden wir auf den Bogen drauf packen. So. Aber für mich sieht das wirklich so aus, als wäre es das hier. Was stehen hier noch für Nachrichten? Nutzlosigkeit. Ja. Ja. Aber das hier wird es gewesen sein. Genau das. Wenn ihr wisst, wie man hier vielleicht sogar noch weiterkommt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017